Das hier ist die Razer Basilisk V3, eine der besten Gaming-Mäuse von Razer auf dem Markt. Sie hat sehr, sehr viele positive Bewertungen und die Leute schwören auf die Basilisk. Ich habe dennoch ein paar Probleme mit der Maus und welche zeige ich euch jetzt mal im Review. Wenn man die Maus in der Hand hält, dann hat man das Gefühl, dass es qualitativ nicht hochwertiger geht. Der Korpus ist fest verbaut und man hat keine Stellen, die sich schwammig oder minderwertig anfühlen. Die Shape der Maus ist schön ergonomisch und sie liegt gut in der Hand. Die Abmessungen betragen dabei 13 cm in der Länge, 7,5 cm in der Breite und 4,2 cm in der Höhe. Dadurch ist die Gaming-Maus für mittelgroße bis große Hände geeignet. Sowohl Palmgrip als auch Fingertipp und Clawgrip sind extrem bequem. Was mir aber aufgefallen ist, dass man im Palmgrip beim Nachziehen der Maus den Sniper-Button ab und an betätigt. Und das kann natürlich für manche hinderlich sein. Die Maus wiegt 101 Gramm und ist daher eher für MMOs, MOVAs und RTS-Spieler geeignet. Für Shooter-Games empfehle ich euch dann lieber die Razer Viper Series. Dazu sind verschiedene Videos auch auf meinem Kanal online. Die verschiedenen Zusatztasten und auch das Mausrad von der Basilisk V3 sind wirklich sehr nice. Die Tasten sind extrem snappy und mit dem Sniper-Button könnt ihr auf Knopfdruck die DPI verändern. Ich zeige euch mal, wie sich die Maus anhört. An der Oberseite befindet sich dann der DPI-Button. Mit dem könnt ihr zwischen 5 DPI-Stufen hin und her wechseln. Die einzelnen Stufen dann sind auch über die Software anpassbar. Der Button davor ist der Mausrad-Button. Damit stellt ihr zwischen taktilem Scrollen und Freilauf um. Das ist bei der Maus wirklich sehr gut gelungen und fühlt sich sehr hochwertig an. Es gibt in der Software sogar eine Einstellung für smarte Scrollen. Das aktiviert, ändert das Mausrad je nach Scrollgeschwindigkeit in den Free-Scroll-Modus. Ihr müsst euch das mal selber anhören. Das ist halt wirklich richtig klasse. Das Scrollrad kann man dann auch noch nach links oder rechts bewegen für zwei Extra-Funktionen. Was mir aber an der Maus nicht gefällt, sind die Klicks. Links- und Rechtsklicks sind schwammig und ich kann euch genau zeigen, warum. Dadurch, dass die Tasten so lang sind und vornüber stehen, sind diese auch nicht fest in der Halterung und lassen sich schnell verbiegen. Dennoch sind die Razer 2nd Gen Optical Switches verbaut, die immer zuverlässig sind und jeden Klick schön registrieren. Mir gefällt nur einfach das Klickgefühl der Maus nicht. Auf der Unterseite befindet sich dann noch der Profile-Button, damit ihr die gespeicherten Profile auch wechseln könnt und die RGB-Beleuchtung. Diese Unterbodenbeleuchtung finde ich ganz cool und kann über das Razer Chroma Studio, welches sich in der Razer Synapse Software befindet, umgestellt werden. Ist nicht ganz so übersichtlich. Also für diejenigen, die damit noch nichts am Hut hatten, die werden es sich sehr schwer tun. Da muss man sich aber mal ein bisschen reinfuchsen. Die Einstellungsmöglichkeiten, die man da hat, sind aber genial und für jeden ist da was dabei. Die Gleifähigkeit in Kombination mit dem 1,8 Meter langen Speedflex-Kabel ist super. Das Kabel spürt man kaum beim Zocken und die Maus gleitet dank der PTFE-Gleiter perfekt über mein Stoffpad. Sprechen wir aber mal über den verbauten Sensor. Das ist der Razer Focus Plus Sensor, ein optischer, fehlerfreier Sensor mit 26.000 dpi. Das ist natürlich ziemlicher Overkill, aber wenn es irgendwann mal 2.000 Hertz-Monitore gibt, wird man natürlich mit hoher dpi für wahrscheinlich 0,5 cm präziser sein. Das ist eher so ein Marketing-Ding, aber für diejenigen, die hohe dpi spielen, da habt ihr eine gute Auswahlmöglichkeit. Mit 1.000 Hertz Polling Rate ist die Reaktionszeit auf einer Millisekunde, was Standard im Gaming-Bereich ist und auch auf schlechten PCs dann ohne Eingabeverzögerung funktioniert. Mit dem integrierten Speicher können 5 Profile auf der Maus gespeichert und abgerufen werden und damit könnt ihr natürlich für eure Lieblingsgames dann dpi und die Tastenbelegung ändern, einstellen und abrufen. Also die Razer Basilisk V3 hat ihre Stärken und ihre Schwächen. Die Schwächen sehe ich ganz klar in den Klicks. Sie kostet zwar um die 70 Euro, daher ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Was mich übelst fasziniert hat, ist natürlich das Scrollrad. Das ist ein sehr, sehr cooles Feature, habe ich so auch noch nicht gesehen. Nein, ansonsten der Sniper-Button, der ist zum Beispiel bei dem Konkurrenten von Logitech austauschbar. Da kann man einen Blindstopfen drauf machen, beziehungsweise eine Blindtaste so, dass man die Maus dann auch für Shooter-Games zum Beispiel nehmen kann, ohne dass mit dem Daumen da mal aus Versehen draufkommt. Aber ansonsten doch eine sehr solide Maus und ich denke auch die nächsten Jahre wird sie der Top-Favorit mit am Gaming-Markt sein. Ihr könnt mir mal eure Gedanken zu der Maus in die Kommentare schreiben, euer Feedback und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da, damit ihr keine weiteren mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Bis dahin, macht's gut.